Plank Hold. Wir gehen nach vorne mit den Unterarmen, achten darauf, dass die Ellbogen unter der Schulter sich befinden, dass wir möglichst die Hände nicht zusammenführen, sprich, dass die Hände freistehen. Und jetzt verlassen die Knie den Boden und wir gucken, dass wir die Oberschenkel angespannt haben, Popomuskulatur angespannt und die Hüfte sollte eine gerade Linie mit der Schulter bilden und mit den Füßen. Wem das zu schwer wird auf Dauer, der kann kurz ein Knie ablegen, dann wieder das Knie nach oben oder kurz beide Knie ablegen und wieder nach oben. Dabei trotzdem darauf achten, dass wir die Körperspannung nicht verlieren.